Sie hätten gerne ein Tattoo? Das Motiv soll aber nicht Ihr Leben lang das gleiche sein? Dann habe ich genau das Richtige für Sie. Mit diesen Transferfolien tragen Sie jeden Tag ein neues Tattoo. Auf den zehn hauchdünnen Transferfolien im A4-Format haben jede Menge Motive Platz. Entwerfen Sie Ihre eigenen Tattoos und drucken Sie diese einfach mit einem herkömmlichen Tintenstrahldrucker auf die Folie. Lassen Sie das frisch gedruckte Bild einige Minuten trocknen und schneiden Sie es anschließend randnah aus. Nun ziehen Sie den Sticker vorsichtig vom Trägerpapier, kleben ihn auf die vorher gereinigte Haut und drücken ihn kräftig an. Sieht verblüffend echt aus und lässt sich jederzeit ohne Hautirritationen und dermatologische Hauteffekte wieder entfernen. Eine schöne und schmerzfreie Alternative für die dauerhafte Hautbemalung. Entdecken Sie die Wirkung Ihrer eigenen Tattoos. Viel Spaß dabei!